Hallo, ich bin Marcel Davies. Seitdem ich für 1&1 arbeite, habe ich keine Freunde mehr. Vor ein paar Jahren habe ich meinen Grundschulabschluss nachgeholt. Dort habe ich gelernt, zu lesen und zu schreiben. Seitdem kann ich auch mit Stift mit diesem hier umgehen. Sehen Sie? Ich freue mich jetzt auf meinen Termin beim Urologen, denn der untersucht gleich meine Prostata. Hallo, meine Mutter hat mich gefragt, warum 1&1 so schweineteuer ist und der Service so schlecht ist. Das ist ganz einfach, wir arbeiten seit Jahren mit der russischen Mafia zusammen. Die Router zum Beispiel sind alles billige Plagiater aus China. Und wenn Sie zu 1&1 wechseln, bekommen Sie zu Ihrem neuen Router gleich Ihre erste Mahnung. Dann ist alte Router raus, neues rein, Kohle angeben und mit ganz viel Glück haben Sie im Internet. Aber nur bis zur ersten Fehlermeldung. Und ich grinse und lache dann über Ihre wütenden E-Mails. Hallöchen! Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit so einem High-End-Gerät namens Modem sich geile Sachen aus dem Internet lauten kann. Einfach Ihr altes Modem abklemmen, unseren USB-Stick in den Rechner, altes Modem anschließen, USB-Stick raus, kurz bestätigen, Ihr altes Modem endgültig abtrennen, unser FSK18-Modem auspacken, anschließen und den neuen USB-Stick in den Rechner. Bevor Sie online gehen können, brauchen Sie von uns einen Startcode für Pornos oder illegale Downloads. Mein Team und ich empfehlen Ihnen auf Wunsch rund um die Uhr die besten Neurotik-Seiten Deutschlands. Gerne beraten, wie Sie kompetent für MP3s und File-Sharing oder sind Ihr spielgefährder beim Pokern und World of Warcraft. Ihre Zufriedenheit liegt mir im Herzen. Das ist ja wirklich genial, oder? Mit diesem Startcode hier kann ich jetzt ins Internet gehen, mir heiße Mucke und geile Videos runterladen und alles total an der Mühe. Nichts ist unmöglich. Echt cool. Startcode eingeben und alles lädt sich binnen kürzester Zeit fair und transparent einfach automatisch auf meinen Rechner. Ist doch wirklich ganz easy, oder? Die individuelle Beratung der Davos Service Line DSL kostet Sie, inklusive Internet und Telefon, sagenhafte 1999 im Monat. Und eins verspreche ich Ihnen, wenn wir Sie nicht befriedigt bekommen, bekommen Sie von uns einen Monat gratis. Ich fahre jetzt erstmal nach Haus zu meiner Frau und Familie und werde Ihnen zeigen, was ich heute alles so Feines im Internet je gefunden habe. Bestellen Sie heute noch die Davos Service Line. Ich mache Sie glücklich. Tipp, 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 hallo? Ich bin Marcel Davos. Ich spiele seit 16 Jahren mit diesem kleinen roten Auto. Und das ist mein Rasierapparat, der aber leider nicht mehr funktioniert. Und das ist das Heft, mit dem ich lesen und schreiben lerne. DSL, das steht da. Und rechnen kann ich auch, denn eins und eins ist zwei. Ganz genau da, hinter mir steht es ja auch. Zwei. Ganz einfach zu verstehen eigentlich. Jetzt zeige ich Ihnen mal die ganzen fiesen Leute in meinem Büro, die mich immer nur ärgern. Die ganzen Mädels wollen sich nicht mit mir verabreden, weil ich einen Sprachfehler habe. Aber wenn Sie vielleicht keinen großen Absprüche haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir schreiben. Marcel Davos at 1&1.de Bis zum nächsten Mal.